Die Abholzung der Wälder unseres Planeten hat sich zu einem der größten Umweltprobleme unserer Zeit entwickelt. Dabei spielen Bäume für das Leben auf der Erde eine entscheidende Rolle. Wie zum Beispiel, die Wälder sind eine wichtige Lebensgrundlage für den Größteil aller Tier- und Pflanzenarten auf unserem Planeten. Hans und seine Vorfahren leben deshalb nach dem forstwirtschaftliches Prinzip. Die besagt, dass nicht mehr Holz gefällt werden darf, als sie jeweils nachwachsen kann. Hans und sein Hund Waldemar machen sich auf den Weg in den Wald, um sich einen Baum auszusuchen, den sie abholzen können. Nachdem Hans einen Baum abgeholzt hat, macht er sich auf den Weg, um neue Bäume zu pflanzen. Dabei ist es zu beachten, dass seine Familie es schon seit Jahrhunderten macht und dadurch sehr viele junge Bäume wachsen könnten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wälder, die Frau von der Wälder sind an, auf dem Weg in den Waldemarien. Wälder und die Frau von der Wälder sind die Frau von der Wälder sind mit der Wälder- und Pflanzenarten. Mit dem Weg in den Waldemarien ist es nur gleich�� spült, um noch ein paar Wälder auszusuchen. Untertitelung des ZDF, 2020